in einer Welt leben, in der jeder vor jedem Angst hat, in der alle Staaten bis an die Zähne bewaffnet sind, damit sich ja niemand traut, sich gegenseitig anzugreifen. Das sind keine Werte, für die ich stehe. Mit Staunen habe ich beobachtet, wie sich lange geglaubte Haltungen innerhalb kürzester Zeit um 180 Grad drehen. Das tritt für politische EntscheidungsträgerInnen zu, aber auch für Menschen, mit denen ich spreche. Und ganz ehrlich gesagt, finde ich das sehr bedenklich. Es kann nicht die Antwort sein, dass wir jetzt unfassbar viel Geld in die Aufrüstung stecken. Mehr Waffen und Militär werden die Konflikte nicht lösen. Und sie werden auch keinen Frieden schaffen.